Joy Grothmann ist eine ehemalige deutsche Sängerin. Joy Grothmann ist die Nichte der Komponistin Iris Grothmann. Seit 1999 singt Joy Grothmann Lieder für die Sendung mit der Maus. Ihre fünfte Aufnahme war im Februar 2001 das Lied Schnappi, das sie unter dem Namen Schnappi, das kleine Krokodil sang. Dieses wurde 2004 zum Hit der deutschen Charts mit Platz 1, nachdem es bereits vorher im Internet, vor allem in der Onlinespielerszene und über Internetradios, verbreitet worden war. 2005 wurde der Titel mit einem Echo als erfolgreichster Downloadtitel des Jahres ausgezeichnet. Im Jahr 2009 veröffentlichte sie unter dem Namen Joy eine neue Single, 12 Little Stories. Diese wurde jedoch kein Erfolg, so dass sie den Gesang aufgab und sich auf die Schule konzentrierte. Nach ihrem Abitur im Jahr 2014 begann Joy Grothmann eine Lehre zur Tischlerin. Am 13. September 2015 trat sie in der NDR-Show kaum zu glauben. Auf!